Nach Edward D.C. und Richard Ryan tendieren Menschen zu drei Dingen hin. Gemeinschaft, Fähigkeit und Autonomie. Umgekehrt vermeiden wir Situationen, in denen wir unter argwöhnischen Fremden sind, uns als unfähig erleben und nichts tun können. Gemeinschaft, Fähigkeit und Autonomie legen die Basis für motivierenden Unterricht, packende Erwerbsarbeit und erfüllte Freizeit. und Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen. Erstens, wir machen auf Gemeinschaft. Wir sind eine starke Gruppe. Wir verstehen dich. Wir sind wie du. Die anderen sind unheimlich. Die denken nicht wie du, die glauben nicht wie du. Die wollen dir schaden. Wir sind auf deiner Seite und wir sind viele. Sieht vielleicht gerade nicht so aus, ist aber insgeheim so. Zweitens, wir gestehen dir Fähigkeit zu. Die sagen, du verstehst nichts dabei hast. Du die Wahrheit erkannt. Dein spontanes Bauchgefühl ist hundertmal mehr wert als das, was die sich in Jahrzehnten von Studium, Forschung und Berufserfahrung angeeignet haben. Drittens, Autonomie. Tu, was für dich stimmt. Nimm nicht die Medizin, die man dir aufdrängen will, sondern entscheide frei, nur für dich, was deinem Körper gut tut und was ihm schadet. Im fortgeschrittenen Stadium auch. Du musst dich nicht an die Regeln halten. Wir haben herausgefunden, dass der Staat eine Lüge und das Gesetz eine Fiktion sind, die dich eigentlich gar nicht betreffen. Im Endstadium schließlich. Kauf Waffen. Waffen machen stark und frei. Denn bald kommt alles raus. Bald stürzt alles zusammen, was dich einhängt. Und die neue Welt wird nach deinen Regeln laufen. Kurz, Gemeinschaft, Fähigkeit und Autonomie sind die Basis funktionierender Lernprozesse und guter Propaganda. Weil Menschen so funktionieren. Weil man Menschen packen kann mit der Message, du bist super, du darfst tun, was du willst. Du bist geborgen in unserer Gemeinschaft. Mit diesem Mechanismus kann man viel Unheil anrichten, aber auch Menschen dazu bewegen, großartige Dinge zu tun und erfüllt und glücklich zu sein.